Heute mache ich einen leckeren Kartoffelauflauf Dauphinoa. Käsig, sahnig, zart, auf der Zunge zergehend, einfach köstlich. Normalerweise dauert die Zubereitung ein paar Stunden. Aber ich werde etwas schummeln und deswegen geht es heute wirklich sehr viel schneller. Zuerst brauche ich ein Kilo schöne Maris Piper Kartoffeln. Statt alles von Hand zu schneiden, benutze ich die Küchenmaschine. Genau dafür wurde sie doch erfunden. Ich muss gar nichts tun. Dann lege ich meine Kartoffeln in eine Bratform. Die Zwiebeln jage ich auch durch die Maschine. Kartoffeln und Zwiebeln sind die Geschmacksgrundlage. Ich setze den Wasserkocher auf. Und dann gebe ich noch eine schöne Prise Salz dazu. Etwas Pfeffer. Jetzt kommt Sahne dazu. Und zwar etwa drei Viertel dieses Bechers. Ich weiche jetzt vom klassischen Rezept ab. Die Geschmacksakzente bleiben. Doch es geht schneller für alle Vielbeschäftigten, die trotzdem lecker essen wollen. Noch etwas Thymion. Nur ein paar Zweige. Ich stelle das Ganze jetzt auf den Herd. Dann gieße ich es mit kochendem Wasser auf. Die Schale soll zu einem Viertel gefüllt sein. Dann lasse ich alles auf großer Flamme aufkochen. Diese Kartoffeln werden auf dem Herd gar. Und dann kommen sie in den Ofen zum Gratinieren und werden goldgelb und super lecker. Ein paar wichtige Zutaten fehlen noch. Sardellen. Etwas von ihrem Öl kann nicht schaden. Reißt einfach zwei oder drei davon auseinander. Die lösen sich ganz auf. Aber ihre wunderbare pikante Salzigkeit macht dieses Gericht erst richtig lecker. Knoblauch. Den jage ich einfach ungeschält durch die Presse. Und jetzt noch etwas Muskatnuss. Ich reibe etwa ein Viertel einer Nut über die Kartoffeln. Dann noch ein bisschen Parmesan. Den reibe ich noch drüber. Dann decke ich das Ganze mit Folie ab und drehe die Flamme herunter. Jetzt muss es sechs Minuten köcheln. So, die Folie kommt jetzt ab. Ich reibe noch etwas Parmesan drüber. Das ist eines meiner Lieblings-Kartoffelgerichte. Jetzt kommt es in den Ofen, wo es gratiniert und richtig knusprig und lecker wird. Rein mit dir. Schaut euch die Kartoffeln an. Dieses Gericht nimmt traditionell wahnsinnig viel Zeit in Anspruch. Schaut euch das an, oben knusprig und unter der Kruste weich und saftig. Damit kann ich meinen Appetit auf Kartoffelauflauf Dauphinoa prima stellen.